Keine Chance. Keine Chance. Es nervt. Ich hab ausgesagt. Warum dieser einzelne Baum? Ich versteh's einfach nicht. Dass so ein Vince-Ding einem das komplette Spiel ruiniert einfach. Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Snowman and Offer Truck Simulator auf dem PC Folge 688. Ja, heute geht's darum, ähm... ...die Ladung wieder aufzuladen. Wir kommen leider nicht so weit runter. Äh, das war... nicht gut. Alles Wien ist so weit runter. Das Problem ist so. Das Problem ist so. Das Problem ist so. Das ist rot. Das Problem ist so. Das ist schon mal was. Das Problem ist so. Drei Stämme sind perfekt. Aber er wird es nicht machen, weil die alle rot sind. Oh, er macht's. Oh mein Gott. Die Ladung ist drauf. Ey, Wahnsinn. Jetzt ist die Frage. Kommen wir die Ladung hier auf diesem Weg irgendwie zu Ende? Oder können wir das einfach nur knicken? Oh, okay. 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 Werde ich nicht fahren können. Wenn die wieder raus, ne? Ach, weil er da jetzt noch hängt, ey. Ich glaube, es ist... Es macht mich fertig. Jetzt probiere, so zurückzusetzen. Jetzt bagge ich mich wieder in diesen Stamm fest, ne? Ey, ich flipp aus jetzt. Flipp aus. Das läuft. Ähm... Was da auf, der nix ist, es ist... Es ist eine Unverschämtheit, ist das. Mal zurück. Wird nochmal... Oh, mein. Okay. 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 mach mal lenken, bitte. Okay. 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 Ja, keine Chance. Also. Toll. Ja. Warum machst du die Winde los, Alter? Das habe ich sicherlich nicht gedrückt. Ja, gut. Der ist zu schlag. Ey, wegen jetzt so wieder einem Kackbaum, Alter, so ein Winzling, dass ich jetzt wieder alles hier wieder umsonst gemacht habe, hier hingefahren. Weil dieser scheiß Anhänger einfach nicht nachzieht. Dieser Baum würde jetzt natürlich einen Teufel tun und drauf gehen, ne? Der blockiert jetzt mein ganzes scheiß Ding. Ja, ich habe natürlich keinen Windenpunkt. Nirgendwo, der mir hier irgendwie helfen könnte. Gar nichts. Ich kriege diese Ladung von hier nie wieder weg. Es geht nicht. Was soll denn das jetzt gehen? Ne. Hey, das Spiel kann ich wegschmeißen, wirklich. Warum baut man da auch was hin? Ich flippe aus, wirklich. Ich flippe aus. Und ich weiß auch nicht. Ich ziehe hier nach rechts den Anhänger. Was macht er nicht? Er geht nach rechts. Ganz genau. Macht ja Sinn. Keine Chance. Absolut keine Chance. Kannst du vergessen. Ich komme hier nicht mehr weg. Weil diese Ladung auch so weit rüber ragt und sowas. Ja, toll. Jetzt rutscht der. Warum fährst du denn nicht? Nein. Nee. Voll. War auch wieder dämlich, hier hinzufahren. Ich wollte eigentlich außenrum und habe es nicht gemacht. Bin mir auch wieder selber schuld. Aber wo willst du hier außenrum? Du kommst ja nicht irgendwo hin. Du kommst ja nur hier. Ich meine, wie scheiße ist denn hier die Straße? Warum? Warum? Verstehe ich irgendwo auch nicht. Nö. Kann er jetzt nicht mehr machen hier. Nö. Ist jetzt halt wieder so. Mist. 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 Jetzt auch fast kein Mensch selber spürt mehr hier. Toll. Er lässt sich nicht kaputt machen. Warum? Jetzt stehe ich genau drin. Okay. Lass mich ja nicht mal mit Fullspeed dagegen brettern. Oder irgendwie wegkommen jetzt. Auch nicht. Okay. Ah, das kannst du ja vergessen, wenn die Stämme so weit rüber ragen. Das schließe ich mir ja nicht. Nein. Keine Chance. Keine Chance. Es nervt. Ich habe ausgesagt. Warum dieser einzelne Baum? Ich verstehe es einfach nicht. Dass so ein Winzding einem das komplette Spiel ruiniert einfach. Ja, ich habe jetzt gleich keinen Sprit mehr. Ich hätte es geschafft, wenn dieser Baum da nicht wäre. Und dass man den... Ich verstehe ja vielleicht, wenn der da steht. Aber ich verstehe überhaupt nicht, wieso man dieses Ding nicht umfahren kann. Warum? Es macht nicht mal Sinn. Du kannst so fette Bäume umfahren. Und dieses Winzding, das regt mich die ganze Zeit schon auf, Alter. Ihr nennt euch Simulator, Alter. Und dann kommt so eine Scheiße dabei raus. Das kann doch nicht wahr sein. Wirklich. Es macht nicht mal Sinn. Macht es nicht. Und wenn ich da schon mit dem Anhänger, mit dem Holz durchkomme, wieso fährt dann der Anhänger? Kommt natürlich dann nicht durch. Unten ist dann Hitbox und oben ist irgendwie unsichtbar. Oder wie? Sag mal, habt ihr eine Macke oder was? Ich raste hier aus. Wirklich. Das kann nicht wahr sein. Das ist so eine Scheiße. Qualitätssicherung hier gescheitert, Alter. Gibt es nicht. Alles weggespart. Ja. Ja. Kommt noch nicht dran vorbei. Das war's. Ende. Ende Gelände. Die Mission, die machen wir hier nicht fertig, weil... Das kann nichts werden. Mein Gott. Wirklich. So eine geile Rettungsaktion, Alter. Und jetzt kommt mir hier das Spiel und tut wieder ein auf Realismus, Alter. Wo gar nichts zu sehen ist, Alter. Das ist sowas Schlechtes. Gucken wir mal, wenn ich die Karten neu lade oder so. Äh. Ändert sich auch nach wie vor nix dran, ne? Alles wahr. Wir beenden hier die Folge, Freunde. Ich hab echt keinen Bock mehr auf den Mist. Es ist halt wirklich absolut Müll. Und nächste Folge weiß ich nicht, was wir machen sollten. Also ich sehe hier keinen Ausgang mehr. Außer die Ladung hier halt wegzuschmeißen, den Truck zu bergen. Und von vorne zu beginnen. Für 50 Meter, die man eigentlich noch hätte fahren müssen. Das geht ans Spiel. Und an den Entwickler geht der hier. Ich danke euch nicht fürs Zuschauen. Doch. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.